Herzlich willkommen zum Input, der sich mit der Vorstellung der Kunstwelt vor Bord beschäftigt, in der wir nun nachfolgend alle grundlegenden Konzepte der Algorithmisierung kennenlernen. Was ist die Zielsetzung für diesen Input mit der zugehörigen Übung? Sie lernen, einfache syntaktische Anweisungen in der Kunstwelt zu schreiben. Nun als erstes sehen Sie diesen Code. Lehnen Sie sich ihn kurz durch und überlegen Sie sich, was könnte das sein. Diese drei Zeilen beschreiben, wie man beim Stricken die ersten drei Reihen eines Zopfmusters strickt. Und hier sehen Sie, Code verhält sich ziemlich wie Strickvorschriften. Wenn man in der Materie nicht drin ist und vor allem, wenn man quasi die Sprache nicht kennt, erscheint es sehr kryptisch und man versteht es einfach nicht. Aber wenn man es lesen kann, dann ist es sehr klar geschrieben, was man machen soll. Und das gilt sowohl für Code als auch für Strickvorschriften. Kleine Fehler wie das Komma an der falschen Stelle, das Stähnchen ein bisschen woanders und es bedeutet was völlig anderes. Und deswegen ist bei beiden vor allem Präzision gefragt. Was bedeutet es und lese ich es auch korrekt? Bevor wir zu unserer Kunstwelt-FopBot kommen, möchte ich Ihnen noch etwas über die Ursprünge der Algorithmisierung und die des Computers erzählen. Und damit Sie einfach das Nachfolgende auch besser einordnen können. Jetzt ist die entscheidende Frage, was ist der Zusammenhang zwischen diesen zwei Bildern? Links sehen Sie alte Webstühle und rechts sehen Sie das Bild von einer Frau. Denn die Ursprünge der bewussten, präzisen Beschreibung, quasi der Programmierung und demnach der Algorithmisierung liegt in der Programmierung von Webstühlen mittels Lochkarten. Und das ist schon einige hundert Jahre her. Und darauf aufbauend, also mittels den programmierbaren Webstühlen, wo man mit Lochkarten verschiedene, man konnte die Lochkarten dem Webstuhl zukommen lassen und dann wurden verschiedene Muster gewebt im Sinne der Automatisierung. Und darauf aufbauend hat Charles Babbage seine Analytical Engine entworfen, die quasi als Prototyp des ersten Computers zumindest so in der Theorie gelten kann. Und für diesen Typ hat die Mathematerin Ada Loveless, die hier einmal mit ihren Lebensdaten aufgeschrieben ist, den ersten Programmcode weltweit geschrieben. Und damit gilt sie als die erste Person, die jemals Programmcode geschrieben hat. Und somit sind die Ursprünge der Algorithmisierung dieses Computers mittels den Webstühlen auch gar nicht so weit weg wie über die Strickvorschriften, wie sie es vielleicht gedacht haben, sondern die Ursprünge liegen gerade in diesem textilen Handwerk. Das war einmal der kleine Bogen zur Einleitung. Nun noch weitere Empfehlungen, wenn wir uns mit dieser Kunstwelt beschäftigen. Sie müssen keine Angst haben, sie müssen kein Vorwissen haben, Fehler gehören auf jeden Fall dazu und Learning by Doing. Sie müssen das einfach selbst ausprobieren. Jetzt noch als letztes vorneweg, bevor ich Ihnen die Welt vorstuhle, wieder ein Einschub aus der Fachliteratur. Wir brauchen einen vernünftigen Umgang mit unserer eigenen Fehlbarkeit und der anderer Menschen. Alles kann immer falsch sein und ist es meistens auch. Aber es ist unproduktiv, sich deshalb für einen Idioten zu halten. Ein Kleinkind, das sprechen lernt, hat kein Problem damit, wenn es »Ich habe getrinkt« sagt. Kind und Eltern verstehen, was gemeint ist. Und hinter diesem einfachen Satz stecken erhebliche Leistungen der Evolution und des Individuums. Wer in der Lage ist, sich irgendeiner Programmiersprache zu bedienen, um auch nur »Hallo Welt« zu sagen, der hat das weit gebracht. Alles, was jetzt noch fehlt, ist der Wille, die Sache halbwegs gut zu machen. Man muss Störendes und Falsches erkennen und bereit sein, es zu ändern. Vielleicht nicht sofort, aber doch zumindest irgendwann. Und genau das soll auch Ihr Ziel für diese Beschäftigung mit der Kunstwelt sein. Sie lernen wahrscheinlich was völlig Neues in den Einblicken, in die Algorithmusierung. Und Sie sollten den Willen haben, die Sache halbwegs gut zu machen. Nun werde ich Ihnen gleich eine Welt vorstellen, die sich vor allem durch Einfachheit auszeichnet. Und zwar ist sie geleitet von der Erzählung der Wissenschaftlerin aus der zweiten Hausübung. Zur Erinnerung, wir haben uns mit künstlichen Bakterien, mit Abbauprodukten beschäftigt. Und sie bewegen sich auf einem zweidimensionalen Feld. Was wir aber später noch haben, sind völlig andere, aber ebenso passende Szenarien, die zu dieser gleichen Modellierung und Abstraktion passen. Beispielsweise ein automatischer Rasenmäher in einem Garten. Und nun kommen wir zur eigentlichen Welt. Sie sehen hier einmal rechts, das ist die Welt, in der wir uns befinden. Die können immer unterschiedlich groß sein. Und diese Welt besteht aus Rechtecken und hat den Namen World. In dieser Welt gibt es Roboter, die haben quasi den Namen Robot und wir haben Münzen mit Namen Coin. Das ist alles, was wir in dieser Welt zur Verfügung haben. Aber was quasi der Roboter mit diesen Münzen alles machen kann in dieser Welt, dazu kommen wir später. Nur nochmal zur Orientierung in der Welt. Und zwar sehen Sie einmal hier angezeichnet links die Spalten, wie sie durchnummeriert sind, beginnend bei Null und die Zeilen beginnen bei Null. Und zwar ist quasi der Ursprung, das Feld Null, Null, genau dieses hier unten. Und wenn wir zum Beispiel das Feld 4, 7 haben, würden wir in der Spalte 4 gehen und dann müssten wir einmal bis zu 7 hoch. Und zwar sind es erst Spalten und dann Zeilen. Oder wie Sie sich das auch vorstellen können, Sie nehmen erst hier die x-Koordinate, das wäre in dem Fall die 5, und dann die y-Koordinate, das wäre in dem Fall die 7. Und nun wollen wir als allererstes wirklich unseren Roboter erstellen. Der soll an dem Koordinatenpunkt 3, 1 sein, also er hat die Spaltenzahl 3 und die Zeilenzahl 1. Unser Roboter hat eine Blickrichtung, die ist ab, für nach oben. Und er kann noch die Anzahl der mitgeführten Coins, werden wir ebenfalls ausführen. Und das wäre die entsprechende Zeile, die wir uns gleich auch live nochmal anschauen, wie wir einen solchen Roboter erstellen, damit er genau hier an den Koordinaten 3, 1 erscheint. Und jetzt nochmal die einzelnen Bestandteile durchexerziert. Wir haben die Spaltenzahl 3, wir erinnern uns, wir haben bei 0 angefangen zu zählen, also 0, 1, 2, 3. Das bedeutet, er muss in dieser Spalte sein. Also nach oben gucken. Sehen Sie, an diesem Dreieck, das das Dreieck nach oben zeigt, dann sehen Sie die Blickrichtung unseres Roboters. Und das werden wir jetzt auch wirklich selber nochmal ausprobieren. So sieht es jetzt einmal in IntelliJ aus, wenn wir das entsprechende Projekt, also die Vorlageblatt, einmal aus Moodle importiert haben, indem wir sie einmal hier geöffnet haben. Das Wichtige ist auch nochmal, Sie müssen einmal hier auf das blaue SLC wie Source und dann wollen wir beispielsweise hier reingehen mit einem Doppelklick und dann landen wir hier. Und ich werde Ihnen jetzt als erstes einen kleinen Überblick geben und dann werden wir die Zeile, die wir gerade eben schon kennengelernt haben, auch hier eintippen. Dieser Teil hier oben, um den müssen Sie sich nie kümmern. Und den Teil hier, da erstellen wir die Welt, müssen Sie sich erst später kümmern. Also später heißt in mehreren Wochen. Und zwar wird einfach nur hier die Größe der Welt gesagt, wie Set Size mit Breite und Höhe, wie die Schnelligkeit, je höher die Zahl, umso langsamer wird es, dass wir die Welt auch wirklich sehen wollen und wir können auch Münzen hier reingeben. Hier sehen Sie, wenn, hier habe ich einen Kommentar, zum Beispiel der wird immer mit zwei, mit einem, mit zweimal Slash angezeigt. Und hier können wir hier unten, und eigentlich immer ist es auch mit Todo angezeichnet, worunter Sie schreiben sollen, wollen wir jetzt mal genau das von eben nochmal schreiben. Also wir hatten Robot, weil wir einen Roboter haben wollen. Den haben wir MyRobot genannt. Und was wollen wir da drunter verstehen unter dem Namen MyRobot? Wir wollen einen neuen Roboter erstellen. Dafür tippen wir New. Und jetzt wird uns schon vorgeschlagen, was wir alles Neues erstellen können. Und wir wollen einen Roboter erstellen. Wenn Sie den ersten Vorschlag nehmen wollen, dann nehmen Sie einmal Ihre Eingabetaste. Also die große mit dem Pfeil. Wir wollen einen neuen Roboter erstellen. Und wir hatten ja gesagt, der hat die XY-Koordinaten 3, 1, und das machen wir hier mit einem Komma. Und Sie sehen schon, während ich tippe, werden schon Sachen genommen. Und jetzt wird mir auch schon das, was ich hier als nächstes vorgeschlagen, ich möchte die Koordinaten X und Y haben, die Blickrichtung, hier nehmen wir ab. Das müssen wir alles groß tippen. Hier wird es uns auch schon vorgeschlagen. Wieder ein Komma. Und dann die Anzahl der Münzen ist zu Beginn 0. Und, ganz wichtig, wir müssen am Ende noch ein Semilikolon hinmachen. So, jetzt nochmal die Zeile. Wir haben unseren neuen Roboter erstellt. Der hat die X-Koordinate 3, die Y-Koordinate 1. Er schaut nach oben. Und hier die Anzahl der Münzen ist 0. Hier ist es ganz angenehm. Sie sehen immer noch, was es bedeutet. Um das, was wir jetzt gemacht haben, in dieser Welt auch laufen zu lassen, können Sie einerseits hier rechts drauf gehen, wo wir gerade sind, mit einem Rechtsklick und hier den Play-Button Run nehmen. Oder Sie können einmal auf diesen Fall hier klicken. Dann haben wir einmal unsere Welt. Hier ist 10 mal 10 groß. Hier unten haben wir so einen Roboter erstellt. Und er soll nach oben gucken. Das, was hier steht, wenn Sie Fehler haben, dann steht es hier. Zum Beispiel, wenn wir das Semikolon vergessen und es dann nochmal versuchen, was passiert. Jetzt steht nämlich unten, jetzt können wir nämlich sogar die Zeile, wird uns direkt die Zeile angezeigt. Und zwar steht da Semikolon Expected. Also es wurde ein Semikolon erwartet. Und es ist keins. Deswegen funktioniert es nicht. Und jetzt funktioniert es. So ist das noch ein bisschen langweilig. Und damit können wir auch schwierig Sachen modellieren, weil wir könnten nur zum Beispiel Sachen erstellen, wie ein Rasenmeerroboter und ein Bakterium. Und wir würden sich nie bewegen. Aber das wollen wir gerade. Und das können wir auch. Und dazu müssen wir unseren Roboter mit Namen ansprechen. Also My Robot. Es wird mir schon vorgeschlagen. Wenn ich Eingabe drücke, muss ich es nicht weiter tippen. Dann brauchen wir einen Punkt. Und jetzt werden mir schon ganz viele Sachen vorgeschlagen, was unser Roboter alles kann. Und wir wollen einmal, er sich bewegt, also move. Das wird uns, wenn ich das M eintippe, schon als nächstes vorgeschlagen. Ich betätige die Eingabetaste. Und dann wurde auch schon automatisch das Semikolon geschrieben und diese Klammern. Was bedeuten diese Klammern? Als Vergleich. Hier hatten wir auch geöffnete Klammern und da standen verschiedene Sachen drin. Und hier zum Beispiel, oder auch hier oben, haben wir zum Beispiel sagen, die Verzögerung soll 300 sein. Wenn ich laufe, dann soll der Roboter genau einfach nur ein Feld laufen. Aber ich habe zum Beispiel nicht die Auswahl. Er soll jetzt drei Felder laufen in Blickrichtung. Und wir würden hier noch eine 3 reintragen. Aber es ist wichtig, dass da immer die Klammern sind, egal ob da was reinkommt oder nicht. Die Klammern müssen stehen. Deswegen die einmal nicht vergessen. Wenn wir nämlich die Klammern weglassen würden, würde direkt hier eine rote Lampe aufkommen und sagen, das kenne ich nicht. Aber mit Klammern wissen wir es. Ah, okay. Das ist Laufen. Okay, wir probieren es einmal aus. Und Sie haben es gesehen, der Roboter ist ein Feld in Blickrichtung gelaufen. So, wie sieht es denn jetzt allgemein aus? Das ist so, wie wir es eben hatten. my robot.move Klammer auf Klammer zu und ein Semikolon. Und allgemein ist das auch immer die gleiche Schreibweise. Wir haben Name, Punkt, den Namen der Methode, das war in diesem Fall Move, und in den Klammern eventuelle Parameter. Wenn wir keine haben, lassen wir es einfach leer. Aber wir brauchen trotzdem die Klammern. Und dann das Semikolon. Und die Leerzeichen sind hier nur zur besseren Lesbarkeit. Sie können auch in IntelliJ die Leerzeichen nehmen, aber üblicherweise ist es ja an bestimmten Stellen wegzulassen. Jetzt werden wir uns einfach noch verschiedene Sachen anschauen, wie unser Roboter alles machen kann. Er kann die Richtung wechseln. Um die Richtung zu wechseln, machen wir wie zuvor my robot.move und dann haben wir nur Turn Left. Wir haben kein Turn Right, aber das werden wir uns in ein paar Wochen selber erarbeiten. Unser Roboter kann eine Münze aufnehmen, die auf dem gleichen Feld ist. Ich habe es Ihnen einmal noch ins Englische übersetzt, damit Sie sich einfach das noch besser merken können, warum dieser Befehl Pick Coin heißt. The robot can pick up one coin, which is on the same field. Wir sehen von den x- und y-Koordinaten, dass mit x47 liegt eine Münze und unser Roboter ist auf 46, dass wir genau unten drunter stehen, nach oben gucken. Deswegen laufen wir jetzt eins nach oben, heben die Münze auf, mit Pick Coin und laufen eins weiter. Der Roboter kann eine Münze auf dem gleichen Feld ablegen. The robot can put one coin in the same field. Wir lassen den Roboter die Münze, die er gerade aufgenommen hat, wieder ablegen. Und zwar mit Put Coin. Und jetzt haben wir gesehen, dass er beides gemacht hat. Eine Münze aufgenommen und dann wieder abgelegt. Und jetzt noch einen kleinen Einschub zur Textausgabe. Und zwar wollen wir das als Blackbox behandeln. Was ist eine Blackbox? Sie haben irgendeinen Input als Stimulus und haben irgendeinen Output als Response. Aber Sie wissen nicht drin, wie es aussieht und Sie müssen es auch nicht wissen. Wenn wir zum Beispiel Hello World schreiben wollen, dann müssen Sie das hier vorne, System Out Print LN, hinschreiben, aber Sie müssen nicht verstehen, warum es genau das ist. Und wenn Sie zum Beispiel etwas ausgeben wollen, schreiben Sie hier in die runden Klemmer das, was Sie schreiben wollen und ein Semikolon. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir machen das gleich von eben nochmal, also System Out Print und wollen Hello World schreiben und schauen, was passiert. jetzt sehen wir, wenn wir einmal das Feld auf Seite machen, das ist unser Roboter, den wir hingestellt haben und hier unten ist genau das, was wir hingeschrieben haben. Hello World! Hier unten wird es hingeschrieben. Jetzt wollen wir uns mal die x-Koordinate ausgeben lassen. Und zwar einmal davor, nachdem der Roboter gelaufen ist. Das, was wir eben mit Hello World quasi fix hatten, wollen wir jetzt die x-Koordinate haben, damit wir unten bei der Ausgabe auch wissen, was wir uns haben ausgeben lassen. Also, das ist zu viel, wollen wir myRobot hat x-Koordinate, machen wir noch ein Leerzeichen, danach ein Plus. Jetzt wollen wir uns die x-Koordinate geben lassen. Das können wir mit get x machen. Also, Name myRobot.getx. Jetzt lassen wir den Roboter 1 laufen und kopieren das gleiche nochmal. Hier haben wir gerade gesehen, wie der Roboter gelaufen ist und hier unten sehen wir, wir haben mit der x-Koordinate 4 gestartet, sind 1 gelaufen und haben die x-Koordinate 5. Und jetzt sehen Sie auch, warum ich explizit in diesem Text nach Koordinate ein Leerzeichen gemacht hätte, sonst wäre die 4 direkt an der 5 dran. Und wenn wir uns nur 4 und 5 ausgeben und später nochmal anschauen, wissen wir vielleicht gar nicht mehr, was wir machen wollten. Und dafür sind genau hier diese festen Textbausteine notwendig. Und Sie können natürlich auch hier mit Plus noch viel mehr machen. Also, Sie hätten auch myRobot hat Con, x-Koordinate, dann die 5 und Plus und noch einen weiteren Text. Das ist auch möglich. Wir können unseren Roboter fragen, wie viele Münzen er hat und mit System.out uns auch noch anzeigen lassen, wie viele Münzen er hat. Wir können den Roboter fragen, ob er Münzen dabei hat und als Abschluss jetzt noch quasi die Konvention für Bezeichner. Also das erste Zeichen darf keine Ziffer sein. Wenn ich First Robot irgendwie abkürzen will mit 1st, dann ist das nicht richtig. Es funktioniert nicht. Die Namen von Variablen, also die Namen, die wir zum Beispiel unserem Roboter geben, die Methoden, die wir aufrufen, die beginnen immer mit einem kleinen Buchstaben. Die Namen von Klassen, das ist zum Beispiel bei uns Robot und Coins, die beginnen mit einem Großbuchstaben. Und wir wollen ja manchmal längere Sachen schreiben, wie has any coins und dann nehmen wir jeden Wortanfang im Innern wieder mit einem Großbuchstaben. Und ganz am Schluss, wenn Sie sich Kommentare schreiben wollen, dann können Sie das wie Volk tun. Zum Beispiel quasi einen kleinen Kommentar würden Sie mit Slash schreiben und einen längeren Kommentar würden Sie wie Folgt schreiben. Hier nochmal für Sie zum Nachschlagen. Was ist der Zweck von Kommentaren? Es soll für Menschen besser verständlich sein oder auch wenn Sie zum Beispiel Ihre Hausaufgabe über mehrere Tage beiden, dass sie schon ihre Ideen runterschreiben, dass sie sich nicht vergessen oder vergessen, was habe ich eigentlich gemacht und warum habe ich mir das gedacht. Hier auch nochmal ein Ausschnitt aus der Fachliteratur. Good comments don't repeat the code or explain it. They clarify its intent. Comments should explain at a higher level of abstraction than the code what you're trying to do. Deswegen steht hier auch schlechtes Beispiel. Wir erhöhen, hier würden wir zum Beispiel da kommen wir beim nächsten Input zu, hier würden wir quasi den Wert der Variable erhöhen und das steht hier auch genau nochmal, sondern man würde irgendwie quasi auf den Kontext passen, ein anderes Beispiel. Aber hier geht es nur darum, dass Sie das zweimal mit dem Slash sehen.